Ich bin Verkaufsberaterin, weil es ein abwechslungsreicher Job ist. Ich bin bei GOB, weil es ein grosses Unternehmen ist, das mir die Zukunftsperspektive bietet. Meine Tätigkeiten sind unter anderem Brot packen, Regal füllen, Kasseneinsätze, Bestellungen machen, Warenannahme und Kunden beraten. Ich mache eigentlich alles gerne, es gibt nichts, was ich nicht gerne mache. Ich bin aufgeschlossen und gehe gerne auf Leute zu und freue mich, wenn ich den Leuten helfen kann. Ich bin immer freundlich zu den Kunden, egal wie es mir persönlich geht, aber das gelingt mir ganz gut. Für den Job braucht es Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität und Offensee für Neues. Und warum würden Sie gerne im GOB arbeiten? Ein Wasedbewerb Drei Garantie Drei Vielen Dank.